Na hallo und herzlich willkommen zurück zu, ne, ja. I'm a Pokemon. Mhm. Äh, Portal Painters. Ich dachte, die Karte hatten wir schon mal. Ne, hatten wir noch nicht. Oder? Ich meine nämlich ja nicht. Oder? Vielleicht ist es was ähnliches? Ich weiß, es ist was ähnliches bestimmt. Wer? Hm? Wer? Ne, reicht eigentlich. Oh, oh, oh. Ach, hier drüben ist ja Oberser. Ah, hier. Klippt das Ding auf oder was? Ah. Okay. Und wie kommt das Bild zurück? Keine Farbe? Müssen wir irgendwas da hinstellen. Keine Farbe. Äh, auf der Schräge? Ne, auf der Schräge kannst du. Obwohl, probier mal. Ne, dann machst du mit Geschwindigkeit und wirst da bestimmt hoch. Irgendwie geschmackt. Das kann sein. Denk ich mal jetzt. Ui. Kommst du da durch? Dann hoch? Irgendwie? So schon mal nicht? Machen wir die Farbe weg? Äh, die Klappe weg? Danke. Vielleicht so. Oh, ne. Wer ist da zu kurz auf der Seite? Ja. Ja. Gut. Haben wir das jetzt gebracht? Mal gucken. Wuiiii. Solange du fahrbar ist, ist ja alles noch okay. Ja eben. Richtig. Richtig. Dann haben wir zurück. Dir ist das Ziel. Aber du kannst mir nicht irgendwie helfen oder was? Warte mal. Was? Ähm. Was ist hier? Kannst du irgendwo rüberspringen? Ich kann hier hin. Jetzt aber. Was sollte mir das jetzt? Hast du mir da jetzt irgendwie? Kannst du irgendwo rüberspringen? Kannst du von da aus irgendwie weiter? Ich könnte jetzt hier wieder zurück. Muss ich hier hoch bestimmt, ne? Warum, was ist denn da? Da ist doch ein Loch. Da muss ich vielleicht hoch. Aber ich kann hier an die Wand nicht spritzen. Ne? Nur an die Wand. Nicht an die... Wenn du zurück gehst, von dort aus vielleicht? Von da? Naja, aber ich kann hier auch nicht an das Glas spritzen. Ne, ist doch Gitter. Ja. Ja, aber du kannst da durch spritzen oder nicht? Ja, ja. Da durch kann ich spritzen, aber nur auf eine Seite. Ja, wenn du jetzt... Da kannst du ja nicht hier mit her springen. Warte mal. Aber wie soll ich da hoch? Aber warte mal, da ist auch noch ein Symbol. Ja. Ich glaube, wir müssen so einen Strahl hier noch aktivieren. Glaube ja. Weil da geht was hin. Warte mal, ich hab hier einen Knopf. Ah. Ja. Ah, guck an. Ah. Die beiden Seiten jetzt. Aber wie soll ich von beiden Seiten bespritzen? Hä? Warte mal. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ja, so dürfte gehen. Hm. Jetzt noch der Strahl. Ja, wie spritze ich jetzt da? Das ist nur von der Seite, ne? Falsche Seite, ne? Ja. Oh, haben wir hier noch irgendwie was? Oh. Haha. Haha. Oh. Es funktioniert. Haha. Stimmt nicht in der Sache gewesen. Aber hey, es funktioniert. Los, komm ich rüber. Was? Mhm. Hallo Katze. Was für... Nein, 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 nein. Bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Ich rühre mich keinen Meter. Mhm. Das ist doch niemals Sinn. Das ist doch niemals Sinn. Natürlich nicht. Nein, das war zum Fliegelblau. Oh. Wenn das so geplant ist, ist das echt bescheuert. Ja. Ich brauch Portale. Ja, wenn ich jetzt mal hier weg könnte. Ja. Ne, du darfst, du darfst dich nicht bewegen. Nein, nein, nein. Ja, klar. Interessant. Meine Katze hat sich verpisst, weil ich sie nicht aufgedeckt habe die ganze Zeit. Was? Nein, hat sich gerade verpisst. Oh. Ich kam gerade auf meinen Schoß zum Kuscheln. Ich weiß nicht, ne? Wir gehen ins Bett, der Müde. Okay. Stehst du richtig drauf? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich auch. Ja gut, im Sofa kannst du dich noch draufstellen. Kannst du nicht noch ein bisschen vor mir? Geht das hier nicht so? Nicht so? Mehr so noch ins Zentrum so? So? Geh mal runter? Ja. Ich habe Angst, dass das jetzt... Geh. Jetzt geh hoch. Ich kann mich ja jetzt... Ich kann ja jetzt sogar sterben. Bringe ins Wasser, ja. Spring. Stirb. Hui. Boah, wir... Nein. Nein. Was? Was? Ich bin auch dahin gesprungen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal rüberkommen. Scheiße. Wie kommt es denn aus, so sehen wir springen? Was? Ja. Ja, 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 ja. Na ja, jetzt soll es ein Moment. Ja, ja, ich geh schon mal der Seite. Ja. Dass ich nicht im Weg stehe. Ja. Ja. Ja, ist egal. Na ja. Na ja. Na ja. Hiiii. Ha! Alter! Jetzt hab ich fast zu weit gesprungen. Oh, ich auch gerade. Du stehst eigentlich drauf, ne? Ja. So, jetzt kommt ich... Ich leg die Kontrolle an die Seite. Haha. Ich brauch dich nur ein bisschen umgucken. Okay. Jetzt sehe ich alles. Alles gut. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Alter, hier ist ja so ein Ding. Da muss ich jetzt doch Gangschäen machen, wahrscheinlich, ne? Triffst du das von hier? Okay. Ah, gut. Das wär jetzt nochmal scheiße. Aber weiter komm ich nicht. Okay. Das soll doch reichen. Ich trau mich noch nicht. Jetzt. Komm, komm, komm. Ja, ja. Gut. Was passiert jetzt? Warte. Ich bin tot. Hä? Kommt da so ein Strahl raus? Ah, jo. Ich hab den Strahl da rausgeholt. Warte, ich guck mal eben. Ich muss ihn wieder da hoch plattern. So ist besser. Oh, hier kommt dann was auf Zeit. Okay. Echt? Ja. So. Jetzt komm mal hier. Links. Da, genau. Ja. Das siehst du mich ja. So, jetzt haben wir das Problem. Das hier ist auf Zeit. Ja. So, ich kann mich ja hinten noch drauf stellen. Damit du da rein kannst. So, wir haben auch da rote Leder, ne? Da wirst du dann später drinnen landen. Hm, nicht unbedingt. Warte mal. Ja, du kannst dich dagegen steuern. Lass mich mal, mach mal, aktivier mal das Ding. Was für ein Ding? Hier, den Taktorstrahl. In welche Richtung geht der? Du bist ja schon da unten. Wie sieht es auf jemandem aus? Ja, ich hab da zugesprungen. Ach so, du kannst da drauf landen. Ja. Klar. Warte dann so halt. Alles. Wird aber knapp. Wird aber knapp. Wird aber knapp. Wird aber knapp. Alter. Ernsthaft. Das ist ein Witz. Dann brauchen wir ja doch das Ding da oben, oder? Äh, das hat ja auch fast gereicht. Ja. Du kannst den Leder deaktivieren ja? Das kann ich. Kannst du den Laser deaktivieren? Nein. Okay. Leider nicht. Also der Anlauf reicht auch nicht. Das haben wir ja gerade gesehen, oder? Richtig, richtig. Das wäre eigentlich gar nicht geplant. Das machen wir denn zuerst. Das weiß ich nicht. Warum stelle ich mich jetzt hier drauf? Was passiert dann? Dann kannst du ja da rennen, oder? Ach nee, kommst du ja nicht rennen. Nee. Ach, dann... Ah, dann macht dich der da oben. Ah, okay. Naja. Ach, du hast noch irgendwo was? Guck mal, da habe ich eine Portalmöglichkeit. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, hier. Oh ja, du kannst doch einspringen, genau. Nur, was passiert dann? Dann landest du da oben? Durch den Laser. Ja, stimmt. Und... Ja, genau durch den Laser, oder? Kommst du nicht in das Ding dann? Ja doch, aber der füttert sich die Laser durch, oder nicht? Ja, und dann muss ich dich fallen lassen? Ja. Aber ich komme halt nicht so schnell da hin, lass mir ja nicht. Oder muss ich das zuerst anmachen? Und dann schnell hier hin? Dann gehst du... Oh, das wird auch knapp, ne? Ja. Du kannst probieren. Du musst auch schon da hoch, dass du da oben schon drinnen stehst, am besten. Dass du dich hier da nicht reinfallen lässt. Willst du nichts mehr? Speed, geh. Willst du, dass du es bringen? Ja, bist du schneller beim Scheitern, dann. Achso. Ja gut, ja. Probieren? Ja. Hui. Und jetzt. Warte, warte. Nein. Ah. Ich hätte es gerne mit 1,10 und so gehabt. Okay. Das war dumm jetzt. Aber okay, wir wissen, es könnte funktionieren. Warte mal, ich kann mich ja dann... Also, du... Das ist ja alles kein Problem. Ja. Dann bleibe ich so lange da drauf stehen? Hm? Eigentlich ist das easy. Dann lässt du dich halt bis kurz vor die roten Strahlen, ne? Ja. So wie gerade. Nur halt damit Ankündigung. Auf... Ne, ich muss das ja vorher anmachen. Das ist halt echt... Guck mal, wie weit kann ich denn da klicken? Hier ist schon zu weit weg. Hier ist es zu weit weg. Hier ist es zu weit weg. Hier wird es gehen. Boah, das wird knapp. Warte mal, jetzt müsste ich da hin. Zack. Dann... Gehst du da hin. Treiben lassen. Okay, hat's. Ich bin ruhig. Ich denke dir drüber nach, was man machen könnte. Und du kommst hier eingeschossen auf einmal. Warum? Ich habe keine Ahnung. Auf einmal kommst du da eingeschossen, Felix. Ich habe es noch nicht mal auf Video gehabt. Weil ich dein scheiß Ding noch nicht mehr aufhabe. Ja, ja, dann nach oben war gut. Ja, das wäre wirklich gut. Tschüssi. Tschüss.